freunde herzlich willkommen zu dem neuen youtube video von mir mein name ist daniel und heute wollen wir uns dem thema widmen stell dir vor du könntest die welt des tradings betreten ohne einen einzigen cent von dir selber zu riskieren klingt für sehr viele unmöglich heute erkläre ich dir und zeigt dir wie das ganze funktioniert und wie du damit noch nachhaltig sehr gute gewinne realisierst um immer up to date zu bleiben abonniert gerne unseren kanal lasst ein like da aktiviert die glocke damit ihr rechtzeitig bescheid bekommt wann wieder ein video online geht und lasst uns nicht lange rumreden sondern lasst uns ein video rein starten let's go so ihr lieben wie auch eben schon erwähnt und zwar es klingt für viele unmöglich und total unreal einfach das was ich sagte dass man kein eigenes geld riskieren muss investieren muss kann aber dennoch sehr gute gewinne an der börse erzielen und zwar sprechen wir hier von dem thema des fremdkapitals der fremdkapital anbieter rudern wir mal ein bisschen zurück denn das thema fremdkapital war für mich ein sehr großer punkt warum ich überhaupt ins trading gestartet bin warum ist das überhaupt so aus dem einfachen grund ich hatte keine 10 15 20.000 euro zur seite die ich einfach so investieren konnte und hätte ich diese komplett verloren die mir nicht weh getan hätten deswegen habe ich mich mit dem thema fremdkapital befasst und wusste ganz genau ich muss mich ausbilden lassen ich meistere den trading skill ich bewerbe mich qualifiziere mich für gewisse konten bestehe das konto nach erreichen natürlich des gewinnziels bekomme einen vertrag zugeschickt unterzeichnen diesen vertrag mit meinen kontaktinformationen bekomme die login daten und ab dann fließt jeder eine euro in meine tasche jetzt habe ich verschiedene dinge genannt ich habe gebühr genannt ich hatte qualifikation genannt regeln gerannt lasst uns doch mal tief reingehen und am anfang starten wenn ihr euch ausbilden lasst und den trading skill meistert werdet ihr sehr wahrscheinlich natürlich erst mal eure erfahrung sammeln im demo das ist auch ganz normal dass ihr sagt hey ich ihr möchte zum beispiel 10.000 dollar er traden nennt euch aber kein zeitraum dass ihr sagt okay diese möchte ich in einem monate traden sondern einfach 10.000 erreicht ihr dieses gewinn ziel nach circa zwei monaten wisst ihr ganz genau dass ihr eigentlich schon bereit seid um den schritt ins echt geld zu machen habt ihr den ersten step geschafft habt ihr euer gewinn ziel im demo erreicht wird es auch zeit dafür und ihr könnt euch für 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 verschiedene fremd kapital konnten qualifizieren was meine ich mit verschiedenen konnten und zwar es gibt verschiedene konto größen fangen wir mal an es gibt zum beispiel anbieter die haben ein konto von 20.000 50.000 100 150.000 200.000 250.000 300.000 das sind verschiedene konto größen für die euch qualifizieren könnt je nachdem wie viel ihr ihr erwirtschaften möchtet wir machen das beispiel jetzt mal anhand eines 150.000 dollar fremd kapital konto und zwar wir haben auch eine exklusive partnerschaft mit unserem eigenen anbieter the trading pit haben exklusive vorteile für die member von volume trader ein ganz kleiner vorteil sieht zum beispiel so aus dass wir höhere gewinn splits haben als alle anderen aber wenn du bei volume trader bist kennst du die vorteile wenn du noch nicht dabei bist wirst du sie auf jeden fall erfahren wenn du bei uns startest fangen wir jetzt mal an du bewirbst sich für die also du qualifizierst dich für dieses konto da entstehen kosten sprich 50 bis 200 dollar kostet in der regel so eine qualifikation für ein fremd kapital konto in dieser größe wenn ihr die gebühr bezahlt habt bekommt ihr login daten vom fremd kapital anbieter geschickt mit denen ihr euch in eurer software einloggen könnt und könnt dann die live daten von der börse empfangen jetzt haben wir gewisse regeln wie sehen diese ganzen regeln aus sprich erstens wir haben ein gewinn ziel und eine dauer das gewinn ziel beträgt bei diesem konto 5000 dollar das heißt ihr müsst 5000 dollar traden habt 30 tage zeit dafür so der zu den 30 tagen kommen wir aber gleich noch mal habt ein max drawdown ein maximales verlust limit von 3000 und eine minimale handels also minimale handelstage die ihr traden müsst sprich drei ihr könnt jetzt keine glückstraight machen dass du sagt hey bei dem einem trade habe ich jetzt 6000 dollar tradet schickt mir den vertrag ab morgen bin ich live an der börse und ich verdiene dann geld nein so einfach ist nicht sondern ihr müsst mindestens drei handelstage getradet haben um diese 5000 dollar zu erreichen ich sagte auch eben in 30 tagen was meinte ich damit genau also für diese qualifikation fallen der regel zwischen 50 und 200 dollar an für 30 tage es gibt aber noch die option dass viele sagen hammer ich möchte mir keinen druck machen dass ich wirklich länger hinten aus zeit habe und es gibt die option der verlängerung dass ihr sagt ich möchte keine 30 tage sondern ich möchte diesen vertrag 30 60 oder auch 90 tage haben natürlich mit einem aufpreis jede weiteren 30 tage kostet natürlich eine kleine gebühr mehr logisch aber ich sag mal so 5000 zur traden in der regel haben wir 20 handelstage im monat wenn das rund 250 dollar die ihr traden müsst und 250 dollar täglich an den finanzmärkten zu erwirtschaften ist wirklich keine kunst und nicht schwer wenn ihr einen individuell an euch angepassten handelsplan eine handelsstrategie auch verfolgt euch regeln aufgeschrieben habt und euch das versprechen gebt euch 100 prozent daran jeden tag zu halten dann werdet ihr auf jeden fall jeden tag 100 prozent erfolgreich abschließen freunde und deswegen auch kurz das beispiel eben mit den 5000 was für viele sehr sehr viel erscheint was auch sehr viel geld ist aber rechnet das doch einfach bitte runter auf den tag für den monat gesehen und dann sehen die 5000 dollar gar nicht mehr so weit entfernt aus wenn ihr in anführungsstrichen nur die 250 dollar am tag betrachten solltet fangen wir mit den verträgen an sprich wir dürfen in dem vertrag maximal 50 micro lots handeln in den mikromärkten und in den minimärkten sprich im mes dürfen wir 5 lots handeln kurzes beispiel im es haben wir pro lot pro tick 12,5 dollar wenn wir das mal 5 rechnen weil wir 5 kontrakte handeln dürfen wären wir da bei einem wert von 62,5 dollar pro tick den wir handeln können das wären dann die 5 lot betrachten als nächstes das maximale verlust level den max drawdown und zwar wir fangen ja mit 150.000 dollar an und dürfen in diesem konto maximal 3000 dollar verlieren das heißt wir dürfen wir dürfen nicht zulassen dass unser konto 147.000 unterschreitet dann wird dieser vertrag automatisch geschlossen das ist ein vertragsbruch und die bekommt das konto dann weggenommen beziehungsweise dann geschlossen und es ist nicht mehr zu verwenden weil das ein vertragsbruch war kurzes beispiel wie gesagt ihr fangt an mit 150.000 habt den ersten tag super abgeschlossen habe 1000 dollar e-tradet sprich euer kontostand ist bei 151.000 euer max drawdown und euer verlust damit bleibt aber bei 147.000 das heißt ihr baut mit jedem dollar den ihr als profit einloggt auch ein puff auf das heißt ihr habt jetzt 4000 dollar luft nach unten und müsst nur noch 4000 dollar dann traden um das gewinn ziel zu erreichen kommen wir jetzt zum nächsten step und zwar des gewinns blitz natürlich wollen die fremdkapital anbieter auch etwas von den gewinnen abhaben deswegen gibt es an so zu sozusagen einen gewinn split der sieht wie folgt aus in etwa kann man sagen dass der trader 70 prozent der erwirtschafteten gewinne bekommt und 30 prozent der fremdkapitalgeber das sind aber so grundwerte sage ich mal und deswegen hatte ich ja euch auch am anfang gesagt dass wir exklusive vorteile haben auch bei trading pit weil wir partner sind und haben da einen deutlich höheren gewinn split und was noch mal enorme vorteile mit sich bringt ein weiterer sehr großer vorteil des fremdkapitals ist noch der man hat die möglichkeit nicht nur ein fremdkapital konto zu handeln sondern man kann das ganze hoch skalieren auf mehrere es ist möglich bei der trading pit bis zu 20 konten parallel zu traden sprich in unserer eigenen trading software volume trader terminal können wir über den copy modus unsere ganzen konten für die wir uns qualifiziert haben miteinander koppeln das heißt wenn wir einen trade absetzen und hätten vier weitere konten auch noch dazu gekoppelt würden wir fünf konten insgesamt traden ihr setzt den trade ab in eurem master konto und es werden weitere vier positionen eröffnet sprich alle gewinne mal fünf aber zu beachten ist natürlich auch alle verluste mal fünf aber das ist ein enormer vorteil auch der skalierbarkeit dass sie sagt okay ihr könnt die skalierbarkeit über die konten machen dass sie sagt mein ziel ist es wirklich fünf fremdkapital konten unter vertrag zu haben und damit dann täglich 100 oder 200 dollar reicht mir völlig aus zu erwirtschaften warum weil wenn ihr nur 100 dollar er tradet mal fünf wären das 500 dollar und wenn ihr 200 dollar schon einloggt wären das schon mal 5000 dollar profit am tag und wie gesagt das könnt ihr ausweiten bis zu 20 konnten die ihr dann parallel miteinander im copy modus traden könnt ich hoffe ich konnte euch einen guten einblick bescheren in das thema fremdkapital wie das ganze abläuft was für möglichkeiten bestehen und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da abonniert den kanal aktiviert die glocke und bis zum nächsten video ihr freunde